Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck, präsentiert von Möbel Höfner. Liebe Zuschauer, am Sonntag 19 Uhr, Ihr Lieblingsgericht, sein Lieblingsgericht, und zwar Brinterpackerl mit einem Blaukraut und Semmignettel. Schauen Sie rein, macht Ihnen Spaß und es schmeckt richtig gut. Sonntag 19 Uhr, nur hier auf München TV. Alle Infos zur Bewerbung, Rezepte zum Nachkochen oder allgemeine Infos zum Sendeformat auch unter münchen.tv Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höfner.